Auch BVB-Bosse schimpfen auf Schiedsrichter. Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke sahen ihr Team im Topspiel gegen die Bayern benachteiligt und schlossen sich damit der Kritik von Marco Reus an. Es ging um einen Zweikampf zwischen dem Dortmunder Emre Can und Leroy Sané vor dem 3 zu 2, der nicht als faul geahndet wurde. Für mich hat eine Fehlentscheidung das Spiel entschieden, zumal sie in der 88. Minute und nicht in der 60. passierte, sagte Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker. Generell seien einige Entscheidungen stets für rot ausgefallen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte in der BILD, in meinen Augen ein klares Foul. Reus hatte nach dem Spiel bei Sky gewettert. Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er es hundertprozentig gepfiffen. Schiedsrichter Marco Fritz wehrte sich in der BILD. Er sei weiterhin der Meinung, dass es kein Foulspiel gewesen sei. Ein Oberkörperduell, angelegter Arm gegen angelegter Arm, kein Foulspiel. Can selbst meinte nach dem Schlusspfiff, kann er pfeifen, muss er aber nicht. Der Serbe ist neuer Rekordmann im Tennis. Insgesamt belegte Novak Djokovic 311 Wochen lang die Nummer 1 des ATP-Rankings und überflügelte damit Superstar Roger Federer. Djokovic hatte die Führung zum ersten Mal am 4. Juli 2011 nach seinem ersten Wimbledon-Sieg übernommen. Roger Federer, der auch noch von Rafael Nadal als Grand Slam-Rekord-Champion überholt werden könnte, reagierte gelassen. Mir geht es mehr um meine Gesundheit und um mein eigenes Spiel als um den Rekord, sagte der 39-Jährige, der nach einem Jahr Verletzungspause beim Turnier in Doha vor seinem Comeback steht. Podolski meckert über Super League. Der Antalya-Sport-Profi hat die Nase voll von dem Verhalten einiger Spieler und Funktionäre in der türkischen Liga. Alle meckern sich untereinander an. Es ist wie eine Comedy-Show, sagte Lukas Podolski der Sportzeitung Fanatik. Die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, die ganzen Aussagen der Vereinsfunktionäre, es herrscht immer Chaos. Und das ist nicht gut. Im Schnitt wird 60 Minuten Fußball gespielt, die Begegnungen werden viel zu oft unterbrochen. Der VAR sollte eigentlich dafür sorgen, dass Entscheidungen schneller getroffen werden, beschwerte sich Podolski. Millionenstrafe für RB Leipzig Die Verlegung des Champions-League-Achtelfinal-Rückspiels gegen den FC Liverpool von der Anfield Road nach Budapest kostet den Bundesligisten offenbar etwa 1,55 Millionen Euro. Das berichtet die BILD. Diesen Betrag werden die Reds als Entschädigung für das verlegte Heimspiel erhalten. Wir können das Spiel aufgrund der Corona-Regeln nicht in Liverpool austragen. Somit hat der LFC einen neuen Austragungsort suchen müssen, sagte RBs kaufmännischer Leiter Florian Scholz. Wären die Leipziger nach Liverpool gereist, das von der Corona-Mutation betroffen ist, hätte das Team von Julian Nagelsmann laut sächsischer Corona-Schutzverordnung in eine 14-tägige Quarantäne gemusst. Vielen Dank! Aufgrund der Bundesliga wiederholfen der LFC-League-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achichs-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich-Achich.